Moin meine Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. In diesem Part werden wir Fragmente sammeln. Fragmente sammeln, Fragmente sammeln, Fragmente sammeln. Und zwar fangen wir mit dem südlichen Kaiserbezirk an, denn dann sollte der Kaiserbezirk eigentlich abgeschlossen sein. Und wo ist das nächste? Ähm... Da taten wir. Eins ist hier. Okay. Und eins müsste sich hier befinden. Ich würde sagen, wir nehmen das hier jetzt in Ansprung. Wieso ich nicht das andere nehme, weil wir da sowieso hinlaufen und ich das dann einfach auf der Karte durch dieses Bomben-Fützelchen hier sehe. Also muss ich nicht zweimal die Karte aufrufen. Ich glaube, ich habe es da hinten schon gesehen. Kann das sein? Ja, da ist es. So. Häpp. Springe-Zio. Ja. Ich will meine Kippe noch rauchen. Nice. Okay. Gut. Häpp, 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 Häpp. So, ich hoffe, wir sind richtig. Oh, das war nice. Das Holz muss viel aushalten. Das Holz muss viel aushalten. So, und da sehe ich es schon. Das ist richtig awesome. Das ist eine eleganze Art der Fortschritt. Ah. So, somit haben wir schon drei Datenfragmente im kaiserlichen Bezirk. Im letzten Pfad haben wir ja die Brunnen gemacht, die nicht notwendig sind, dass man sie macht. Ich glaube, ich mache es trotzdem. Das nächste sollte sich hier befinden. Hier an der Spitze dieses Turms oder hier in der Nähe. So, ich kann nicht das hier, das hier, das hier durchstreichen. Und dann, nochmal, Pfeilhagel. Das müssen wir ja doch machen. Äpp, äpp, äpp. Dann werden wir außerdem noch die Festen zuweisen und dann unsere lieben Assassine-Freunde. Ne, im nächsten Part widmen wir uns ganz den Festen. Machen wir dann in diesem, machen wir dann ein paar Festen-Missionen, etc., etc. Weisen die zu. Sonst wird es hier einfach zu lang. Da oben müsstest du es sein. Ja, da oben bist du. Und, hepp. So. Hopp, zack. Da solltest du hochkommen. Boah, der war jetzt fast gefehlt. Puh. Puh, ha, ha. Habt ihr ja fast schon fail geworden. Da haben wir nix. Ja, da können wir so rüber. Ich will das gerne zwei wieder auf einmal lieb machen. Hopp. Da müssen wir auch weiter hier. Ja, da müssen wir die andere Seite nehmen. Bla, bla, bla. Zack, zack, zack. Und weiter nach oben, Ezio. Einfach schön gechillt weiter nach oben. Da hört man es auch schon. Oder? Täuscht das? Ich glaube, das täuscht. Ah ja. Und auf der Hoch-Ezio. Bisschen verpackt. So. Da können wir einen Todessprung ausführen. Au. Das ist natürlich nicht gut, wenn ich mein Blatt mit der Asche voll haue. Geh rein, danke. So. Das nächste müssen sie sich hier irgendwo befinden. Und zwar müsste es sich genau auf dieser Tür befinden. Awesome. Awesome, awesome, awesome. Da hätte sie sich die Füße eiskalt gebrochen. Eventuell finden wir jetzt auch den letzten Wäuchelmörder. Irgendwann. Eventuell greift uns gern. Ich habe ja schon viel erstochen, bevor sie mich erstochen hätten. Obwohl ich bei allem Lack hatte. Klingel war schon... Sein Schwert war schon... Naja, mein Kopf. Was ist jetzt los? Oh Gott, das interessiert mich momentan nicht. Zack. So, haben wir das schon. Das müsste ja hier sein. Oder? Geht es hier unten irgendwo rein? Hm. Oder bist du da oben? Nein. Das müsste hier sein. Über diesem Turm. Ach, genau darüber. Detail ist. Es müsste... Ah, da ist der Turm. Aha. Es müsste... Gucken, 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 gucken. Es müsste hier sein. Okay. Dann habe ich die Karte falsch gelesen. Ah, da ist es ja schon. Also sind wir doch richtig. Zack. So. Auf zum nächsten. Das nächste müsste... Laut Karte... sich hier befinden. Stimmt das? Nein, es müsste... Ja, hier in der Nähe. So. 38 von 100 Datenfragmenten. Ah. Ob ich jetzt alle Achievements sammle, das weiß ich nicht. Denn ich habe ja schon Offscreen-Paar bekommen. Oha, geht auch hoch, Ezio. Da ich... Ja, habe ich halt Offscreen-Paar bekommen. Also würde ich das nicht machen. Denn Achievement, wenn man sie haben will, kann man eh nachgucken. Es kann sein, dass ich... Hm, das weiß ich noch nicht. Das muss überlegt werden. Einfach mal schön durch die Kiste gepackt. Richtig nice. So, wo ist das nächste? Da sollten wir hier auch in der Nähe sein. Das heißt, alles schön abgucken. Es sollte aber hier sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Das war nicht 100 pro richtig. Aber hier in der Nähe. Und... Jetzt drücke ich dann eben kurz bei der Kippe aus. Es fehlt jedoch drei Stück. Such das nächste. Jetzt gehen wir von hier. Von hier müsste es hier sein. Könnte das sein. Dann muss es so aus. So. Jetzt ist es ein bisschen verrutscht. Ehe... Es ist ab. Dazu kann man dicht durchstreichen, dicht durchstreichen, dicht durchstreichen. So, so, so. Dann fehlen noch jetzt insgesamt vier Stück. Die werden wir auch rasch finden. Hoffe ich doch. So, Assassin-Pfeilhagel. Es gibt halt unter anderem, ich habe ein paar gesehen, man muss über eine Seilrutsche rüberfliegen oder zehn Wachen auf einmal vergiften, was wir, was uns jetzt momentan noch nicht möglich ist, da wir noch die kleine Gifttasche haben. Und, und, und. Dann, was habe ich noch gesehen? Fünf Wachen innerhalb von fünf Sekunden eliminieren. Oh, das war sogar fast perfekt. So, das nächste. Sollten wir rasch finden, denn da ist ein Turm in der Nähe. Das sollte sich denn demnach hier befinden. Ja, sind ja nur 140 Meter. Und dann gucke ich mal, da muss ich die Karte ein bisschen studieren, wo wir als nächstes hinlaufen, denn ich will die jetzt ungern. Wobei, da muss ich nichts machen, das sehe ich dann eher auf der Karte. Denn es wäre jetzt blöd, wenn ich von ganz rechts nach ganz links laufe und dann in die Mitte mache. Also machen wir dann zuerst die Mitte von oben nach unten, dann ganz links von unten nach oben. Dann haben wir es optimal, denn den nördlichen Kaiserbezirk... Wobei, ich muss sowieso ein bisschen laufen. Da habe ich eh schon falsch angefangen. Es müsste... Hier ist es. Hier ist es. Gut. Du solltest da jetzt runterspringen, dann machst du es halt so. Zack. Bekommen. So, somit fehlt noch 32 und 33 auf meiner Karte. Das ist alles schön markiert. Das gefällt mir. Hier rechts, bis wir einen Turm finden, an dem zwei sind. Und an dieser Seite rechts ist einer. Den zweiten habe ich auch schon auf den Blick. Das ist nice. So. Okay. Dann geht es mal im nächsten Partie. Wird es dann noch nicht weitergehen mit der Story. Wie gesagt, werden wir versuchen, die Fraktionsgebäude alles zu machen, damit wir unsere Assessin mal wieder auf Mission schicken können. Ähm, ja. Und dann im... Übernächsten... Oh, das ist noch so viel Nebenstuff zu machen. Wir müssen... Oh, vorbei. Hm, werde ich das... Diese Hager-Sophia da... Also diese... Wo wir unbemerkt durchgehen müssen, eventuell später machen. Hm, wo bist du, Fragment? Nein, da bist du. Zack, zack. Dich haben wir, kann man durchstreichen. Dich kann man auch durchstreichen. Da kann ich hier einen Haken machen. Und das Blätschchen gleich weglegen, wenn ich es markiert habe. Und das letzte sollte sich hier befinden. Kann ich dich weglegen. Denn da kommen wir später hin. Das lege ich mal hier hin zur Seite. So, denn da sind wir noch nicht ganz fertig. Da habe ich nämlich noch das Arsenal drauf, wo wir später hinkommen. Aber was soll's, was soll's. Naja, das mit dem Brunnen, wie gesagt, hätte ich nicht machen müssen. Aber ich habe gedacht, ach, komm. Wenn schon, wenn schon. Ist ja egal. Da oben bist du. Ja. Ist halt nochmal ein bisschen mehr. Ist halt ein paar mehr. Den lade ich dann einfach hoch. Diesen Nebenstuff da. So, jetzt gucken wir mal. Haben wir den? Wir haben jetzt nur noch drei Karten. Konstant. Das kann doch nicht sein. Ein Ander für Abwesenheit. Wer war das jetzt? Ach, der Kackbohnen. Chili, der Kackbohnen. Das ist auch so eine... Ach, hier haben wir noch einen. Hier sind wir fertig. Da können wir noch nichts machen. Fehlen noch drei Stück. Und zwar der... Bei Bezirk, der nördliche Teil und der südliche Teil. Ich würde sagen, wir starten mit dem südlichen Teil. Gehen dann zum nördlichen Teil und machen dann den Konstantinbezirk. So, der südliche Teil. So müssen wir hier anfangen. Hier. Das ist diese kleine Karte. Und der Türmchen. Das Türmchen hier ist unser nächstes Ziel. Haben wir eventuell... Oh, das ist nice. Wir müssen nur kurz weit nach vorne. Bisschen vor rechts. Denn da haben wir dann ein schöner... Wieso machst du keinen Todessprung, Ezio? Na, egal. Und da haben wir dann einen schönen... Ein schönes Tunnelsystem, was uns optimal hinführt. Und zwar, das müsste... Der Südhafen müsste das sein. Oh ja, bin ich gut. Bin ich nicht gut. Aber zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf... Machen wir es so. Wenn ich den so mache, müsste ich dann hier links anfangen. Okay, machen wir es anders. Das machen wir dann anders. Mache ich nicht den... Wobei, ich könnte den auch machen. Dann müsste ich so laufen. Wer ich hier das bringt, das ist eigentlich egal. Das überlege ich mir noch. Wir müssen jetzt auf jeden Fall da irgendwie hochkommen. Ich glaube, das schaffen wir, indem wir hier hochgehen. So... Ja, wenn Ezio nicht runterfallen würde... Das macht er ja so gerne. So, hepp... Und... Zack, zack. Okay, der war es schon mal nicht. Wie geht das dann? Da oben sieht man es schon. Da muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite rein. Das heißt, wir dürfen jetzt schön gemütlich außen rumlaufen. Denn ich sehe hier keine Möglichkeit, wie wir hochkommen sollten. Hm. Hier, nee, hier kommen wir nicht hoch. Da kommen wir hoch. So, hepp. Aber wie kommen wir da rüber? Muss ich da vom Haus aus rüber springen? Das interessiert mich momentan nicht, diese... Bombenversteck... Ah, hier kommen wir hoch, diese Bombenverstecke da. Denn das ist nicht Story... Nicht zu 100% relevant, wenn ihr seid, doch, das ist voll zu 100%, denn da sind Bomben und so. Dann kann ich auch nicht helfen. Für mich persönlich ist es nicht 100%, weil sie immer wieder spawnen, denn ich glaube, den hatten wir schon aufgemacht. Und das nächste sollte hier sein. Oh, da sieht man, wie klein die Karte ist. Darf ich mir nicht auf den Maßstab vertra... Ähm... Darf ich mich nicht auf den Maßstab trauen. Das ist richtig klein. Und da oben sieht man es schon glitzern. Das heißt, wir sind richtig, 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 richtig. So. Jetzt werden wir den, 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 den. Ne, so ist es schneller, wenn ich gehe. Ansonsten müsste ich von hier darüber und dann nochmal über den gesamten Bezirk laufen. Da hat man das hier. Das nächste ist hier. Das nächste ist dann gleich. Das sehen wir eh. Das merken wir uns. Und den nächsten, wobei, den Turm. Den Turm sehen wir dann eh. Da klettern wir dann einfach hoch. Kann auch sein, dass ich mir das schon geholt habe, das auf dem Turm. Das weiß ich nicht mehr. Wenn da ein Aussichtspunkt war, kann es sein, dass ich es mir schon geholt habe. So. Zack. Einmal weg. Die Söldner-Herausforderung, also diese... Oh, das tut weh. Diese Söldner-Mission werden wir zu spätere machen, die werden wir in der letzten Sequenz angehen. Denn, wenn es so ist wie bei Brotherhood, kann man nicht alles auf einmal machen. Wieso hältst du dich da nicht fest? Das ist doch ein Gitter, du Kackbohnen. Ja, weil, wenn das so ist wie bei Brotherhood, dann kommt da einfach ab und zu wieder mehr. Und ich würde die gerne alle auf einmal machen. Dass ich sage, okay, der Part, ähm, Söldner-Mission, der Part, Diebes-Mission, etc., etc. Wenn es sonst einfach so... Alter, halte ich doch da fest. Geht doch. Deswegen werde ich das so machen. So, der nächste ist hier oben, beziehungsweise hier vorne. Und... Ah, da ist es. Häppps. Festhalten, danke. Da brauche ich jetzt keine Karte für. Zack, 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 zack. Eins und zwei. Und da fällt mir auf. Ich muss nochmal back. Denn man hat es hier gesehen. Hier ist eine Seite. Und dann, wenn wir alles haben, muss ich gucken, ob wir jetzt auf... Das hat auch weh, 100 pro. Naja, was soll's. Ob wir dann wirklich alles haben. Dann gucke ich einfach kurz in Arsenal. Was ziehe ich kurz nach? Ob wir da jetzt... Ach, wobei, wieso springe ich so? Ich kann ja hier hoch. Ob wir da dann alles haben. Etc., 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 etc. Damit ich dann sehen kann... Ah, nee, fuck, da fehlt mir noch eins. Ich weiß aber nicht, wofür diese Seiten gut sind. Somit haben wir schon sechs Seiten. Nice. Nice, nice, nice. Das könnte aber sogar passen. Naja, ist egal, ist egal. Hier sind Türmchen. Bei den zwei Türmchen. Hier ist hier der Turm. Da kann man sich gut orientieren. Einer darüber. Eine links darunter. Das müsstest... Noch eine links darunter. Hier ist einer. Hier ist einer. Das heißt, auf diesem Turm müsste es sein. Nein. Ich sehe aber jetzt nix. Denn wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier jetzt schon eins gemacht haben und hier im Fernsehen ist mir ein bisschen zu laut. Kann ich mal ein bisschen leise machen. Beziehungsweise kann ich ihn ausschalten. Beziehungsweise kann ich ihn ausschalten. Geht das beim Schmied? Beutel kaufen. Beutel kaufen. Schnell wirkendes Gift. Das Gift ein bisschen aufstocken. Salpeter brauchen wir nicht. Stinkdrüsensekret brauchen wir auch nicht. So, Giftklinge. Vergiften sich Feinde, damit sie außer Kontrolle geraten. Aufmerksamkeit erregen und Wachen in der Nähe verletzen. Da gibt es übrigens auch ein Achievement. Man muss eine Wache vergiften. Und ich muss gleich niesen. Man muss eine Wache vergiften. Und dieser wird dann... Dieser Bus... Boah. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob man das gehört hat. Ich konnte das Video nicht mal so schnell hoch machen. Links der Bomster-Teil da. Wo war ich genau mit den Wachen? Die müssen fünf Bürger betäuben. Damit kommt man auch ein Achievement. Also, wer das haben will. Jetzt müssen wir hier rechts hoch. Es sieht aus, als ob das der hier wäre. Der Turm. Oder dieses größere Häuschen. Du bist der Turm? Ne, sieht nicht so aus. Du bist ein anderer Turm. So. Gut, dann kann ich hier rüber. Wo sind die Wachen? Dann wieso sollten wir das nicht machen? Ein bisschen Gildenherausforderung nebenbei. Ein bisschen Pfeilhagel. Schadet doch nicht. Da oben ist es. Hab's gesehen. Hier links oben. Genau. Ja, jetzt links oben. Egal. Pi mal Daumen. Pipapo. Irgendwie bin ich wirklich so einer, der wirklich abends aufnimmt. Beziehungsweise nachts. Naja, ist halt auch die beste Zeit, weil man nicht gestört wird. Finde ich jetzt persönlich. Das nächste ist hier wieder auf so einem kleinen Türmchen. Das kann jetzt sein, dass wir das schon haben. Da erinnere ich mich. Wir sind doch mit dem Fallschirm mal rüber geflogen. Nee, nee, haben wir nicht. Aber eins war ja, das hatten wir schon. Das war in irgendeinem Bezirk. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchen. Das ist das Problem. Das hab ich leider vergessen. Hm, naja, wie dem auch sei. Fällt nicht mehr viel. Das nächste müsste hier sein. Lol. Die werden ja sogar angezeigt auf der Karte. Ab 50. Ist ja awesome. Also sobald man die Hälfte hat, werden die angezeigt. Cool, 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 cool. Das erleichtert es uns natürlich immens. Karte der Datenfragmenten erhalten. Ja, ab 50 Datenfragmente bekommt man die Karte. Das wusste ich jetzt nicht. Denn so viele hatte ich noch nie. Aber das erleichtert es uns. Jetzt könnte ich auch sagen, komm, ich sammle sie auf Screen. Aber nein. Sonst könnte ich wirklich sagen, Part 1, Intro, Part 2, Ende. Abspann. Das Spiel hat mir gut gefallen. Wenn ich alles auf Screen sammle. Auch wenn sie jetzt... Vielleicht hat ja ein oder andere das eine Fragment nicht. Man bekommt wirklich ab 50 Fragmente die Karte. Das finde ich richtig nice. Und zwar holen wir uns jetzt das hier. Dann werden wir hier runterlaufen. Hier soll aber eigentlich fertig sein. Hier oben auch. Werden wir hier runterlaufen. Dann werden wir das hier holen. Hier runterlaufen. Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Dann werden wir nur noch die holen. Konstantinbezirk. Haben wir den Konstantinbezirk in Nord? Ach, den haben wir schon. Ach, cool. Ach, genau. Den hatten wir ja schon gemacht. Da war ja was. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe... Info. Das geht jetzt nicht so, wie ich gedacht habe. Aber jetzt geht's. Dann halt eben nicht. Naja, was soll's. Ja, so viele fehlen halt nicht mehr. 30 müssen noch knapp fehlen. Boah, das hat bestimmt auch weh. Das gibt blaue Flagge, Erziehung. Das gibt blaue Flagge. Ja, da waren wir ja schon fast oben. Wir haben es dann doch nicht geholt. Aber das, wenn ich gewusst hätte, dass es die Datenfragmentkarte gibt, dann hätte ich die schon ein bisschen eher gesammelt. So, jetzt fehlen noch die zwei. Da markieren wir einfach den hier, da wir über den anderen sowieso beinahe automatisch stolpern, da er auf dem Weg liegt. Also wäre es dumm, wenn ich zweimal markiere. Einmal Karte, aufschlagen gespart, einmal markieren. Ja, passt doch. Ja, man muss immer quantitiv denken, nicht qualitativ. Bah. Oh nein. Ja, danke sehr. Gut, dass meine Assassin jetzt schon so OP sind. Ja, zu viel Kaffee. Ciao, ciao. War nett mit dir. Boah, das ist richtig geil, dass meine Assassin schon so OP sind. Das ist richtig nice. Oh, das geht hoch. Das ist hier hoch. Ich dachte, das wäre jetzt einer gewesen, der von uns weggeht. Also quasi, wo wir hingekommen wären. Also quasi, dass die Saldutsche nach oben geht. Ja, nice. Nice. So, somit haben wir 1, 2 und du bist beendet. Beendet. Jetzt gucken wir mal. Was haben wir? Das hier sind die 2 Karten, die noch fehlen. Und hier ist der Stapel von beendet. Ja. Na, Templer haben einen Angriff auf ihre Feste gestartet. Einkommen eingezahlt. Haben sie wirklich einen Angriff gewagt? Diese, 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 diese Tasse da. Wo haben die angegriffen? Auf zum Datenfragment Numero du. Dann schnell irgendwo hin, denn ich habe ein schlechtes Gefühl. Und zwar muss ich hier hin. Bist du hier unten oder bist du oben? Bist du hier unten oder bist du oben? Bist du hier unten oder bist du oben? Und ich will jetzt kurz was gucken. Ah, keine Bomben herstellen. Naja, können wir aber nehmen mal machen. Wenn man sich schon mal verklickt. Ja, wir haben nämlich keine tödlichen Bomben mehr. Aufschlaghülse. Britisch. Hagel. Bomben herstellen, Bomben herstellen. Hagel haben wir jetzt nichts mehr. So. Kurz was getrunken. Ich weiß jetzt nicht, haben die es gewagt? Haben sie es gewagt? Sie haben es gewagt. Sie haben es gewagt. Wie viel Assassin-Kontrolle habe ich da eigentlich? Assassin-Kontrolle nur 9%. Wir müssen hier ein bisschen was machen. Kortisane verteidigen. Einen Feind ausspionieren. Können wir gerade nicht. Da braucht man Assassin und ich. Ich habe gerade beide weggeschickt. Oh Gott. Ich habe ja nur ein E. Da braucht man dich. Und Templer. Das macht die Armbrustschützin. Dann kann man das hier auch gleich die Stadt verteidigen. Das muss ich jetzt machen. Sonst geht hier nichts. Statt wird belagert. Das ist Rodos. Spielen sie alle Rodos-Karten im Mehrspiele-Modus und diese Stadt freizuschalten. Ha. Das werden wir nicht machen. Dann mehr von Mehrspiele-Modus halte ich jetzt nichts. Auf jeden Fall mussten wir das machen. Denn es ist Geld für uns. Wir bekommen natürlich mehr Geld. Ah gut. Auf zum nächsten Fragment. Wie gesagt. Jetzt bin ich wirklich mal ein paar Assassin-Festen bauen. Damit wir die nicht mehr so schnell verlieren. Ich denke es gibt auch genau 12. Könnte das sein. 12 Städte für jeden Assassin ein. Also wenn sie alle Meister-Assassin sind. Das werde ich auch Offscreen machen. Denke ich. Einfach mich hinhocken. Und einfach mal schön gechillt. Die schön ausbilden. Zu fast Meister-Assassin. Und dann werde ich wieder starten. Das wäre glaube ich sinnvoll. Denn erstens unsere Festen werden dann nicht mehr belagert. So. Was war das jetzt für eine Karte. Das ist Konstantin-Bezirk. Der hier. Denn das meinte ich. Ich brauche die Karte doch noch. Denn uns fehlen nämlich noch. Uns fehlt nämlich noch ein bisschen was. Und zwar fehlt uns unter anderem das Datenfragment. Und hier müssen wir hoch. Da müssen wir hoch. Theoretisch könnte ich jetzt auch gleich das hier ansteuern. Denn da sieht man. Theoretisch könnte ich das hier gleich ansteuern. Dann kann ich dann einfach durch. Ich kann mir das alles holen. Hier. Dann kann ich das hier ansteuern. Dann das hier. Dann das hier. Und dann hier hoch gehen. Oh yeah. So machen wir es. Wieso ich die Karte immer noch brauche. Es sieht so aus. Hier oben ist noch eine Seite von diesen komischen Schlag mich doch tot. Und zwar hier. Da sind Bücher. Trotzdem sind Bücher auf dem Dach. So. Hepp. Nach unten. Oh du bist easy versteckt. So. Das nächste sollte etwas weiter links von uns sein. Hier. Hier oben sieht man es schon. Kann man es schon. Ja. Erschbehen. So aber wie kommen wir da hoch? Von hier nicht. Von hier auch nicht. Muss ich von hier. Von hier rüber. Muss ich zuerst aufs Dach. So. Jetzt mal hier aufs Dächchen. Und dann könnten wir rein theoretisch hier rüber springen. Hoffe ich doch. So. Oder schaffen wir den Sprung auch? Japp. Schaffen wir. In unserer awesome Hackenklinge. Und jetzt hier rüber. Passt. Und jetzt hier hoch. Hey. Nein. Uncool. Ihr macht das nicht. Da habe ich was dagegen. Liebe Leute. Da habe ich was dagegen. Dass ihr das kaputt macht. Und jetzt hier rüber. Du müsstest rein theoretisch hier unten sein. Japp. Da unten. Ja. Da kann ich mich wieder nicht hochhangeln. Jetzt will ich aber dennoch kurz auf die Karte klüpschen. Und zwar haben wir das hier, das hier, das hier, das hier. Nein. Wir müssen hier hoch und dann darunter. Dann würde ich hier hoch. Gut. Haben nichts. Ist das nicht gefährlich? Ich will dich auch noch töten. Damit das mal ein bisschen besser läuft. Dann sollten wir diese eine Herausforderung nämlich auch haben. So. Ihr habt sowieso immer ein bisschen Zaster dabei. Jelander Tief. Lasst die Toten zufrieden. Blubblubblubblubblubblubblubblubblub. Aber was ich nicht verstehe. Wie um alles in der Welt soll ich 10 Wachen mit Wurfmester gleichzeitig eliminieren? Heißt das? Ich muss mir 10 schwache Wachen aussuchen. Und dann einfach. Oh. Das habe ich jetzt mit Zufall gesehen. Das hätte ich jetzt eiskalt übersehen. Gut. Ich wusste, dass es eine war. Aber wie es der Zufall so wollte, haben wir dich gesehen. Somit fehlen noch. Eine Seite haben wir noch hier. Wo ist die letzte Seite? Die letzte Seite ist im... Wo ist die letzte Seite? Verdammt nochmal. Hier ist sie nicht. Doch. Die letzte ist hier unten. Gut. Dann haben wir alles. Dann eine Seite fehlt noch. Wieso wurde mit der nie angezeigt? Egal. Den holen wir uns auch noch. Das ist das Datenfragment. Das ist das Datenfragment. Friede ich. Frauen. Zack. Hoch. Bisschen Assassine Action. Da sollten wir drüber jumpen können. Geh hier hoch. Und dann mit einem gezielten solchen Jump hoch mit dir. Somit haben wir dich und dich. Jetzt laufen wir hier runter. Dann markieren wir den. Dann sind wir ja auch fertig. Und zwar laufen wir jetzt hier runter. Und dann würde ich gerne gucken. Buchhahn. Buchladen. Dann würde ich wirklich gerne hier unten beim Schneider gucken. Buchladen hatten wir ja schon. Da war nix. Dann kann man nur Bücher kaufen. Was wir noch nicht machen werden. Mir geht es jetzt hauptsächlich darum. Ich würde gerne einen größeren Beutel haben. Oder mir sogar die... Hey! Bist du noch bei Trost? Hm. 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 Der Arzt ist es auch nicht. Eventuell. Jetzt ist die Frage. Wir haben ja Geld. Wir haben ja Geld auf die Bank. Wir haben Geld auf die Bank. Wir haben Geld auf die Bank. Ha. 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 Holleri. Hollero. Hollerei. Auf der Assessinfest war eins. Ich hole mir aber die doch immer auf der Assessinfest hier oben. Habe ich das übersehen? Höchstwahrscheinlich. Na na na. Das habe ich wahrscheinlich dann übersehen. Zack. Hoch, 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 hoch. Und zwar ich weiß, was wir kaufen. Wir kaufen uns sowohl als auch. Ja, wir kaufen uns sowohl als auch. Ich weiß jetzt auch, wie ich das mit dem nächsten Part mache. Da werden wir wirklich die Mission machen. Aber ich werde das immer schön rauscutten, falls wir irgendwo hinlaufen. So. Wieso kaufholen wir uns sowohl als auch? Erstmal fahren wir da runter. Denn wir müssten relativ viel Geld auf unserer Bank haben. Wenn nicht, holen wir uns eine Armbrust. Aber ich denke, wir haben ein bisschen zaster. Oh ja. Schatzkarte erhalten. Welche Schatzkarte haben wir erhalten? Wir hatten doch schon alle Schatzkarten. Bullshit. Ja, ja schon alles. Und zwar laufen wir jetzt erstmal zum Schneider. Und dann zum Schmied. Der Schneider ist hier. Der Schmied ist genau gegenüber. Und kaufen uns Beutel. Beutel, mittlerer Medizin, Messegürtel und die schwere Schwertscheide kaufen wir uns. Dann fähren wir mal ein bisschen. Gucken wir mal, was gefällt uns. Indigo, nein. Kobalt auch nicht. Dieses Grau gefällt mir nicht mehr. Grün sieht doch nice aus. Oder Türkis. Türkis sieht auch awesome. Was ist eigentlich das teuerste? 2900. 300. 100. 2100. 2200. 2100. Aha, aha, aha. 2800. Ja, das war auch das geilste, das Türkis. Da muss ich zustimmen, dass das das teuerste ist. Das sah richtig nice aus. Und zwar kaufen wir uns wirklich das Türkis. Das Türkis sieht einfach nur awesome aus. Und wir kaufen uns ein paar Fallschirme. Oh ja, oh ja. Das sieht doch gleich viel schöner aus. Oh, das sehen wir doch gleich aus wie ein Assassine. Nicht mehr so wie ein... Nicht mehr so wie ein Kackbohn. Oh, das sieht doch nice aus. Oh, da fange ich an zu spermen. Oh, geil. Ah, gut, awesome. Und jetzt kaufen wir uns mal was ganz nice. Armbrust. Reparieren mal alles und kaufen uns noch ein paar Waffen. Und zwar würde ich jetzt gucken. Erstmal die Axt, dann das Bartschwert. Und jetzt gucke ich, was ist besser. Das hier, das hier. Und jetzt haben wir eh... Oh, wir haben sogar noch genug Gold. Stilett ist besser, aber der... Der doll sieht einfach awesome aus. Kugeln. Armbrust ist voll. Noch ein paar Wurfmesser. Okay, und jetzt haben wir unser sämtliches Geld verbraten. Boah, aber... Sieht nice aus. Jetzt haben wir alles. Ich denke, aber es fehlt noch ein Beutel. Und jetzt sollten... Kann man die Munitionsbeutel beim Schmied kaufen? Äh, beim... Kann man die Munitionsbeutel hier kaufen? Ja, mittlere Köcher. Das war klar. Aber das ist egal. Da bekommen wir schon genug Geld. Die schwarze Mamba ist die giftigste Schlange der Welt. Random Stuff. Ja, jetzt hat er was gelernt. Jetzt könnte er sagen, nein, Mama, ich darf am PC bleiben. Ich habe was gelernt. Ja. Schwarze Mamba, giftigste Schlange der Welt. Sollte man wissen... Ähm... Okay, das steht jetzt unter der Kontrolle. Der Assassin. Zack, zack, zack. Dass wir das haben. Mehr machen wir jetzt auch noch noch. Auch noch noch nicht. Mehr machen wir auch noch noch nicht. So viel, weil wir haben... Ja, Bruce, die ist einfach nur awesome. 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 Warte. Und du bist auch genau auf diesem hier. Habe ich mir fast gedacht. Hopp, hopp, hopp. Zack. Und... Jetzt hier... Das war jetzt nicht geplant. Dass ich da exakt in den Brunnen reinspringen. Aber egal. Aber egal. Aber egal. So. Oh. Ist ja auch fast fail geworden. dann rüber so somit ist dieser bezirk hier rein theoretisch abgeschlossen komplett abgeschlossen und du kannst auch den stapel habe ich bereits erledigt somit fehlt nur noch ein gebiet das ist auch nicht relativ groß wie wollte ich da eigentlich laufen laufe ich jetzt rüber laufe dann hier hoch dann hier rüber und dann da hoch fehlt hier noch das ist sowieso noch was das heißt ich markiere mir jetzt ganz einfach frei heraus dich wenn da sollte die seite zu finden sein seid ihr jetzt noch zu ja ihr seid noch meine nein nicht kämpfen und zwar will ich das hier gegen die da unten kämpft bzw sie weg lockt ha ha beinfuß weg locken noch mal weg loki mach mal loki loki weg die weg die ausgekontert meuchelmörder das sind die welche mörder ja das ist mir jetzt egal welche mörder die kann man schon aus kontern für den ersten ich bin Prabir him sind und lockt die mal weg ja und hier haben wir die dann muss datenfragmente das hier oben wie bekommen wir das müssen hier hoch hier hoch hier hoch da kommen wir hoch jetzt hier da ist ein stein dann kannst du hoch und gehalt hier hoch wenn du meinst das ist von hier aus bestes fps lag doch schon den schaffen wir nicht den sprung dann sollte der hier auch kein problem sein und wieder nach unten 66 datenfragmente haben wir schon so wir haben jetzt keine gesehen momentan kurz auf die karte ist es der hier gewesen sein ja passt wir haben noch alles das heißt ich kann dass wir durchstechen dass sie durchstreichen dich durchstreichen das mache ich trotzdem denn falls die karte irgendwie lügt habe ich ein beweis schwarz auf weiß dass der sagt geschafft ich habe 1000 nee das kostete 1000 6000 wenn ich mich irre aber es sollten wenn wir neuen wenn wir was neues zum bomben herstellen finden was auf dem weg ist wo wir jetzt nicht extra irgendwo hin müssen werden wir das ab grasen denn dann sollten wir dank unserer mission auch wieder geld bekommen dann werden wir das geld wieder ein bisschen investieren ich muss ja hierüber wenn ich mich da müsste auch noch ein fragment irgendwo auf mich warten denn eins haben wir nicht gesehen dann kann ich genauso gut hier reingehen wir haben 1624 alles überspringen und jetzt haben wir 5400 gut lixandria 49 und zwar die historik angreifen kommen ihr macht jetzt mal ein bisschen was wir haben das hier das hier du gehst nicht rein du gehst 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 rein und wie noch armbrust schütze macht das denn für das brauche ich dich sauber machen machen wir noch ein paar mission 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 complete so bei dem kodex zusammenstellen örtlichen wissenschaftler helfen das machen wir dafür müssen wir zwar zahlen aber man sieht hier 20 einkommen aus der stadt 20 gold einkommen aus der stadt und das ist halt schon awesome aber wir haben jetzt sowieso zu wenig gold datei das machst du und ein spion eliminieren machst du ein bisschen das kontrolle haben mal so oder nicht mit sämtliche städte beherrschen ja ich will sämtliche städte beherrschen nein das passt sogar da haben wir nichts übersehen müssen ja noch hinlaufen okay ich habe ja nicht nachgeguckt es waren noch sechs über knapp 100 meter ja wie dem auch sei aber halt das in dem bei noch gemacht und hier ist es gesagte datenfragment so und was ist jetzt eigentlich weil mich irgendjemand gefragt hat name des nicht vergessen aber wenn du es hörst du weißt wer gemeint ist was ist unterschied zwischen es gibt ja hauptsächlich nur das habe ich ja schon gesagt mit dem 100 prozent das habe ich doch schon mal gesagt gehabt also das 100 prozent alles beinhaltet alle fragmente und 100 prozent synchronität einfach nur das beinhaltet dass man alle missionen 100 prozent macht so wie es erzio gemacht hat theoretisch müsstest du da oben sein i hate you i hate you so much ich kann das sowieso immer so gut das dauert bei mir ja kein büschel hier rechts dich habe ich gesehen du warst mich nicht noch mal da oben ist es ist so weit oben noch mal klettern sagt sagt und jetzt hoch wo ist der todesprung wir können ja jetzt rein theoretisch auch ich will zu dir hier hin denn dann nehmen wir einfach ein fallschirm und fliegen hier rüber wenn da gibt es dann auch ein achievement sollte es zumindest geben kein achievement gibt es vielleicht für gucken wir mal kein achievement haben wir zwar gleich mal ein paar fallschirm geschrottet aber egal ich muss jetzt in die richtung laufen da kann ich mir die karte eigentlich auch so gut wie sparen ich komme ich da hoch müsste ich hier hochkommen nein müsste ich darüber springen können von hier komme ich darüber ich komme ich da hoch nein vom dach aus wo ist das noch okay vom dach aus geht doch da hoch jetzt stell dich doch nicht so an so und weiterhin die richtung das war jetzt so hast du kein todesprung gemacht ich hasse dich ich wollte jetzt eigentlich sagen das war nice dass du keinen gemacht hast weil du dann auf den vorsprung landest aber du hast keinen gemacht und hast schaden genommen das war natürlich nicht nice und ich darf nicht vergessen zur art bitte das wäre auch nicht auch nicht nice so wir müssen hier hoch nein okay was ist raki ist wahrscheinlich ein schnaps oder eine spiritose alkohol 13 13 13 13 das würde ich sagen ja genau wieso gibt es da eigentlich solche bugs wenn er ab und zu hoch gehen sollte tut er das nicht naja was soll so jetzt werde ich das hier dich dich und dich weiß ich habe ich hundertprozentig da weite ist noch einer das heißt ich habe dich jetzt gerade eingesammelt war somit fehlen auch 24 5 fragmente kann das stimmen 23 23 fragmente fehlen noch 24 25 26 27 das heißt wenn wir den hier haben sollten wir auf 73 kommen ich habe jetzt vergessen wo ich hinlaufen muss ich denke in richtung hier ja das sehe ich schon dann soll er 73 haben wenn nicht habe ich irgendwas falsch gemacht eventuell haben wir auch mehr kann das möglich sein was wir dann schon 74 haben denn eins fehlt mir immer noch ein fragment wie kommen wir da hoch von da oben so dann brauchen wir richtig zaster aber wie gesagt das werde ich dann alles so machen wie ich es mein wie ich es machen soll wo bist du da ganz oben wie komme ich da hoch von da rüber das heißt das heißt ich muss zu dem turm muss doch hoch fliegen auch wenn es wahrscheinlich anders gehen würde so wir kommen da auch anders hoch natürlich wir kommen da jetzt auch so mal hoch naja gehen wir einfach mal hoch natürlich da war ja was da war ja auch irgendwie da muss man ja auch schon mal hoch so jetzt sind wir auf jeden fall oben was ich glaube dass der sprung nicht er könnte möglich sein auch da ist ein schatz der ja natürlich ist er möglich vor allem wenn es so passt da ist oh hagel oh hagel ich liebe dich schatz du bist mir du bist mir du bist richtig awesome zu mir da unten bist du so und ja 73 nice und jetzt sollten wir uns die hier markieren die hier den hier und das sind dann die letzten also der part endet bald au ein templar versteck angreifen war erfolgreich bomben können wir die erste stadt erhalten unter der kontrolle nice einkommen gezahlt awesome also richtig nice momentan läuft relativ gut spion eliminieren war erfolgreich so job ich bin ein brecher so ein brecher ein brecher hat gerade wache eliminiert damit er schon ein brechen kann okay hier da oben müsstest du sein höchstwahrscheinlich ja dann holen wir dich hier unten gleich du bist nämlich da fliegen wir ein stückchen zack ja ich bin verschwenderisch mit meinem Fallschirm aber mir ist das egal so okay da wollte ich jetzt ein Fallschirm benutzen der dumm gewesen dem wollte ich jetzt nicht machen aber egal ich schwende auch meine medizin richtig nice aber was soll's der letzte ist hier oben auf dem turm das ist ein perfekter abschluss das ist perfekt das ist richtig perfekt nein der ist im wasser das heißt wir können ein bisschen schwimmen genau auf der anderen Seite vom Boot er hat das Po angefasst so und das war sonst fehlen noch 23 Fragmente die finden wir im Arsenal und in Kapol Dingsibumster somit sind wir mit den Fragmenten Schätzern fast durch es fehlen noch zwei mit Schätzen und mit Fragmenten aber die sind nicht allzu groß die sind relativ klein und ja beim nächsten Mal haben wir dann unsere Festen voll und machen die Quests das werde ich jetzt so machen ich werde zu einer Feste gehen werde das machen und dann werde ich schneiden bis zum nächsten Feste etc. 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 denn sonst wäre es einfach jetzt wäre es wieder 35.000 und wieso ist die Feste gesperrt ich verstehe es nicht wieso ist die gesperrt da müssen wir auch mal gucken da werden wir dann auch wir werden jetzt zuerst dann das hier alles machen und sobald wir dann zur gesperrten Feste kommen naja wie gesagt wir haben jetzt alle Datenfragmente gesammelt ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage tschau 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 wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Assassin's Creed Revelation bis dahin tschau tschau